Zack! Blackybeardoo! Du kleiner weirdo! Was geht'n? Aufgabe abgeschlossen, nice! Aufstieg, äh, 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 äh Haben wir irgendwas neues? Nö Doch, müssen wir ja Arcane Upgrades haben wir Ah, nicht so cool Äh, so Nächste Challenge Aufgabenlog, Loyalität Shakespeare Kehre zu Shakespeare zurück Ich bin auf dem Weg Wenn ich zwischendurch irgendwas noch finde, wär das nicht gerade schlecht Da unten ist blaues Licht Was macht das? Es leuchtet blau Wahnsinnig Spannend Aber wie ihr seht hier die, ähm Die Seelenschwärme sind so gut wie ausgerottet Zumindest in der Innenstadt Glyphe in der Nähe! Wait a second Müssten ja hier irgendwo sein Die Glyphe Glyphe, Glyphe, Glyphe Ah, da ist er doch Hallo! So, jetzt kümmere ich mich erstmal um den Turm hier hinten Ich mein, was soll denn das? Das ist doch scheiße, Mann! Zack! Herz rausrissen! Give it to me! Okay Okay Nope You won't Dann werde ich mir erstmal ein paar, äh Munition kaufen So Äh, Munition Die Waffen Die Waffen schön vollpumpen mit Munition Okay Ja, und die auch Okay Waffen verbessern Kann ich hier, ach Das ist das Paddel, ne Da möchte ich lieber den Raketenwerfer haben Lenkraketen Oh, nicht so geil Nehm ich bei das hier Raketenwerfer mit Okay Okay, und jetzt können wir noch, äh Kann wir noch bei denen was machen Ja Okay Cool Andere Waffen, neue Waffen, bessere Waffen Verbesserte Panzerfaust Durchsummen, achso Ja, das, äh Das ist klar Nimm es, so Ah, da könnte ich jetzt fliegen Aber will ich, ehrlich gesagt Gerade gar nicht Oh, hier sind noch Seelenschwärme Die nehm ich mir noch schnell mit Kleine Snacks für unterwegs Wenn der kleine Hunger kommt Nimm einen Seelenschwarm Da ist doch unser Freund Was ist los? Hau Ah, tschüss Haha, Loser Ich will nicht sterben Ich will nicht sterben Believe mir Ah, ich muss da rein Okay Dann geh ich da mal schnell rein Und zack So, Shakespearey Maneri Was geht ab? Oh, Disco Party, Party Disco, Disco Shakespeare Shakespeare Seekretlich Für den oberten Kontrollen Der Untertitel Die 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 Untertitel Einsammeln Fucking Collectibles Okay Langsam gehst du mir auf den Sack, Kollege Und das ist keine gute Sache Ich muss Schaden anrichten Oh, nein Komm schon, richte Schaden an Richte doch mehr Schaden an Ich hab nur die Waffe, schade Aber die hab ich wenigstens unendlich Sprüche der Zerstörung Los, geht's Ah, hier sind die Dudes Ich kann meine Fähigkeiten noch nicht einsetzen Was ein bisschen schade ist Der schießt auf mich How dare you How dare you shooting at me Die Priester Sind doch keine Herausforderung für meine Todesfrösche I will fucking end you Because all what you say With fucking Is more amazing Oh, ich dachte gerade Das Riesenrad werden Gegner Aber zum Glück nicht Rackack, rackack Explode Jetzt hab ich bestimmt dafür Mehr Zeit Weil ich vorhin das Upgrade Mehr Zeit freigeschalten habe Das schließt bestimmt Hier das mit ein Explodiert Meine Frösche Aber woher wissen die eigentlich Was ich angreifen will Meine kleinen Frösche Kleine Froschfreunde Da hinten ist ein Laster Schnappt ihn euch Ein Taxi Schnappt euch das Taxi Oh, eine sexy Statue Was? Niemand kann mich schaden Ich bin der Frogmaster Ich kann nicht schaden Ah, da kommt wieder So ein fliegender Priester an Die sind eigentlich Ein bisschen nervig Aber gut Was soll's Mit denen kommen wir Auch noch zurecht Ich find's schade Dass es Äh In Gathered of Hell Keine Musik gibt Oh, das war's schon Okay, Silber Reicht Die Froschwaffe Ist ja jetzt auch nicht Die allerbeste Oh Ich meine Gold Easy 15% Bonus Nehme ich gerne Boom Johnny geht Als nächstes müssen wir fliegen Oder was? Oh, da ist Das, da ist Da ist Da ist Da ist etwas Was haben wir Vergib dich zum Start Des Höhlenflugs Ja Als nächstes Ist fliegen angesagt Aber gut Das kriegen wir hin Das kriegen wir hin Fliegen ist easy Glaub ich 1,9 Ist Bestzeit Gut Fliege durch Checkpoint Schnapp die grüne Kugel Um mehr Austausch zu bekommen Weißt du Kugeln Um Flügelschlag aufzuladen Denk dran Höhe ist gleich Tempo Okay Weißt du was Tempo ist Tempo ist Flügelschläge Diesen Tempo Woah Scheiße Okay 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 Come on Come on Come on We can do this It's not that hard Okay Ist trotzdem nicht so leicht Man findet leider nicht So viele weiße Kugeln Die ich gehofft habe What the fuck Das war nicht mal ne Minute Viel zu leicht Viel zu leicht Aber cool Wir sind auch Abgegradet Ohne Ende Deswegen Ähm Sind wieder locker Easy Durchgedüst Kein Problem 3.000 Böhne Und ein bisschen Level ab Und fliegen Äh Hoch Nice Das war leicht Angenehm Sehr angenehm So was Was kommt als nächstes Come on Give me some Herausforderung Okay Überleben Machen wir gleich Aber vorher Ich glaube ich mir da Ein paar Seelen Danke So Und hier gibt es noch ein paar Nice So Oh da unten ist noch eins Hab ich nicht gekriegt Egal Wie So Dann werden wir mal überleben Hoffentlich Welle Eins von drei Eins von drei Okay Äh Ja Musst du doch am besten mal Du meinst wie jeden Tag Johnny Du tötest einen Du tötest jeden Tag Jede Menge Leute Bäm Okay Nächste Weg Okay Da sind nochmal Zwei Oder mehr Und hier ist mein Raketenwerfer Bäm Come on Is this all you've got This is pretty Pretty low Das war Einfach Versteinert Achievement freigeschaltet Cool Oh 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 This is not good But I have a rocket launcher Das ist kein Problem mehr Okay Sind wir Sind wir fertig Offensichtlich noch nicht Noch mehr Trucks God damn it Das war Äh Reicht Mit rocket launcher Äh Vereinfacht ihr Euer Leben Extrem Warte was war das? Achso Waffen eintauschen Ne will ich nicht Wirklich zum Start von Extraktion Okay Machen wir Was auch immer Äh Das ist Ach Das wieder Okay Das schaffen wir Das dürfte kein Problem sein Kein Problem hier Komm schon Töte die Übernimm doch die Kontrolle Meintlich Hallo Übernimm die Kontrolle Danke So Gut 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 Okay Eins 3 2 1 Meins Okay Hier noch die Kontrolle Übernehmen Alter Zwei geht schon wieder runter Ohne Ende Ey Eins geht dafür hoch What the fuck Okay Warum habt ihr zwei Jetzt wieder eingenommen Ihr Spackos Was soll das Hä Was soll das Kannst du mir das mal sagen Oder scheiß Zauberer Das ist bestimmt Schuld daran Komm schon Komm schon Ja Scheiß drauf Komm schon Er schießt den Schnell Okay Sehr gut Sonst nimmt Sonst nimmt er hier Mein Punktblech Wieder ein Und das wollen wir ja nicht Was Darkfather kann mir gestohlen bleiben Dem Jage ich den Arsch hoch Mit meinen Kugeln Yes Nice Ich gehe da mal Tschüss Oh da ist wieder unser Freund Da ist wieder unser Lieblingsfreund Hallöchen Puppechen Geht mir aus dem Weg Oh Warte 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 Da ist er doch Da ist er doch Bäm Piem Sen Was habe ich denn gerade ausgerüstet Hä Was zum Teufel Ich habe eine neue Waffe Aber warum Ich will das nicht Was Warum habe ich eine neue Waffe Ich will die gar nicht haben Okay Wenn ich die irgendwie umtauschen kann Dann Bitte Da ist doch ein Waffenladen Warum habe ich eine neue Waffe Ich will das nicht Gib mir nicht einfach so eine neue Waffe Obwohl ich die gar nicht will So Ich Carlos Dodger Äh Ich will was verbessern Ich könnte die mal kaufen Einfach Oh cool Ich verbessere die einfach mal Keine Ahnung Was die Wie die ist Oh nein Schaden Okay Schaden ganz hoch Puschen Nice Okay Nein ich will die mal ausprobieren Äh Warte Ja übernehmen Sehr gut Das ist quasi wie die andere Waffe Nur ein bisschen Äh Mit Auto aim Oh Hallöchen Na Werden meine kleinen Freunde kennen Oh ist das cool Gegen äh Die Dämonen Ist das Sehr cool Was ist Was ist Ach Diese Kugel Schon wieder Die mussten wir doch beim letzten mal auffallen Hä Okay Aber ich weiß nicht mehr welchen Knopf Deswegen äh habe ich das gerade ein bisschen verkackt Aber gut Macht er nicht Ist ja nicht so schlimm Wir alle machen Fehler Außer natürlich äh Der gute Johnny Der macht nie Fehler So Was geht ab Johnny Do it Was müssen wir machen Ach wieder das Okay Okay I get what you did there I get what you did there Ja ich weiß Flieg Fly with the wings of love Okay Das hat nicht funktioniert Nein Hilfe Also äh Ich helfe euch Meine ich Huch Da war aber sehr nah dran So okay Ich rette dich Zumindest ein Man kann nicht alle retten Das ist immer das Problem Bei Superhelden ne Die versuchen immer alle zu retten Zumindest die meisten Superhelden Und im Endeffekt äh Bringt ihnen das auch nichts Wow 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 Nicht runterfallen So Okay Come on So Bronze haben wir schon mal Nicht so schlecht Über zwei Minuten Zeit Das dürfte eigentlich kein Problem sein Du Kommst mir nicht Du wirst nicht in den Himmel getragen Die anderen können von mir aus in der Hölle aufschlagen Das ist mir egal Komm schon ich rette dich Ich rette dich Ich rette dich Ja Nicht Auf dem Boden Gott Ah es war knapp Aber äh Johnny Gett Hat alles unter Kontrolle Äh natürlich Der ist auf dem Boden aufgeklatscht Gut Manchmal Manchmal äh Muss man Leute auch Auf dem Boden aufklatschen lassen Einfach Da kann man nichts dran ändern Aber nicht Während meiner Schicht Während meiner Schicht Kommt niemand in den Himmel Und niemand wird auf dem Boden aufklatschen Und ich hab Gold Nice Mehr brauch ich nicht Komm schon Und rette noch ein paar Leute Einfach just for fun Komm schon Oh schade Den konnte ich nicht retten Es war schon zu spät Aber ich kann dich bestimmt noch retten Nein Hilfe Hat nicht funktioniert Ist ja schade Egal Okay Das war's Aber wir haben Gold Nice Also wir sind geschafft Ganz, ganz viele Punkte Und ganz, ganz viele Löhne Cool Kommt mir deine Beierlösung Easy going Easy going Äh Herausforderung Okay Müssen wir jetzt nicht zu Shakespeare eigentlich zurück? Ja Genau Müssen wir Wo vorher will ich mal hier Durch diese Halle fliegen Um diese Belli hier einzusammeln Ja Sehenschwärme sind immer Nützlich Okay Sehr gut Das hab ich noch gekriegt Obwohl ich dachte Ich würde es nicht mehr kriegen Aber ich hab's noch gekriegt That's all that counts Okay Schexiebeardy Was Ge-i-i-i-i-it up Schau Schau Schaefer's tragedies Moved throughout The entertainment district Eagerly awaiting Their master's Next command Ich höre von Jezebel Sie ist bereit für einen Sneak you in. Ich wusste, dass sie zu uns gekommen ist. Ich bin da. Jezebel's Plan war sehr gut, und wenn die Zeit richtig war, hat sie ihren Weg zu den Böbeln des Palaces. Aber während sie erfolgreich hat sie zu brechen die Kastel Walls um die Johnny in zu lassen, hat sie nicht unnotizierte. Die Kastelung. Die Kastelung. Die Kastelung. Warum würde ich das tun? Weil, wenn du nicht, ich werde Jezebel's schönes Kastelung. Sie ist deine Frau. Ich werde sagen, etwas Kindes an ihrer Funeral. Lass es. Ich wusste es. Es ist du. Es ist immer du. Was bist du? Du liebst sie. Ich wirklich nicht. Du liebst sie. Du liebst sie! Ah, Johnny, mein Junge! Ich verabschiede dich. Du hast du liefst, indem du zu gehen. Du hast du liefst, indem du mich verabschiedst, indem du mich verabschiedst, indem du mich verabschiedst, indem du meine Generäle verabschiedst. Und jetzt, dass du bereitst, sich selbst für meine Kinder? Du bist der Mann, der sollte mein Sonn sein. Ha, ha! Defy ihn zu Ende. Jetzt, hör mal, du hast dein Geist gegeben. Aber du hast mich verabschiedst, aber du hast mich verabschiedst. Lass ihn weg. Nicht jetzt, Jezi. Die Männer sprechen. Sie sind weg. lass ihn weg. Sie sind weg. Sie sind weg. Sie wollen mich verabschieden. Sie bringen die besten in ihr. Ich werde dir ein Geld geben, Herr Gat. Ich verabschiede meine Kinder, und ich werde deine Freundin weg mit dem Präsidenten. Es ist deine Wahl. Du wirst mich verabschieden. Du wirst mich verabschieden. Der Präsidenten Seele war in Johnnys Grasp. Alles er hatte, war Mary Satans Daughter. Das klingt doch nach einem fairen Deal. Sehr gut. Okay, wir begeben uns. Oh, warte. Wir müssen das mal schnell machen. Okay, das wäre falsch. Zack. Revenge. Doch, eigentlich sind wir schon fertig. Äh, aber egal. Ähm, ja. Wir, äh, kümmern uns darum. In der nächsten Folge, Leute. Das war's für heute. Sehr schöner Abschluss. Bis dann. Und tschau. Bis zum nächsten Mal. Vom. Viens. Vom. Vielen Dank.